Servus und herzlich willkommen, liebe Podcast-Gemeinde. 14. Episode des Solty Trailrunning Podcasts. Diesmal mit einer alten Bekannten, und zwar der Anna Hanna. Anna war unser erster Gast im Podcast, und zwar letztes Jahr. Kurz danach ist sie Mama geworden, und jetzt dachten wir uns, ein Jahr voller spannender Momente, voller neuer Themen, bei Anna, aber auch bei uns, bei Solty. Da macht es doch Sinn, dass wir uns nochmal zusammen oben auf der Alm treffen und eine gemeinschaftliche Folge aufnehmen. Genau, ich will wirklich nicht viel verraten. Es geht um spannende Themen. Ihr könnt euch vorstellen, dass vor allem bei Anna, als frischgebackene Mama, sehr, sehr viel passiert ist. Vielleicht einige Einstellungen oder einige Themen sich auch verändert haben, und genau darüber sprechen wir. Eine super spannende Episode, sehr inspirierend. Und mehr erzähle ich euch jetzt gar nicht. Ich halte es kurz heute. In diesem Sinne ganz viel Spaß mit der Episode mit Anna Hanna. Und wie immer, Schee, Solty bleiben. Servus. Servus und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Solty Tray Running Podcasts. Nummer 14 hat mich Stefan gerade noch richtigerweise daran erinnert. Wir sind wieder im Chiemgau, wir sind wieder auf der Alm, wir haben traumhaftes Wetter und eine wunderbare Gästin, Gast, haben wir vorhin schon drüber geredet. Die wunderbare Anna Hanna ist erneut zu Gast bei uns im Podcast und ich freue mich sehr, Anna. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, wieder hier bei euch auf der Alm zu sein. Ja, mega cool, genau. Du bist doch gar nicht alleine dabei heute. Ich habe Verstärkung mitgebracht. Genau, du hast Verstärkung mitgebracht. Euer kleiner, sehr aufgeweckter Nachwuchs. Valentin ist dabei. Valentin ist mit dabei. Letztes Mal im Bauch. Ja, nicht, also kurz danach kam er ja dann schon auf die Welt. Und jetzt darf er das auch mal live und echt miterleben. Ja, mega cool. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wieder mit dabei seid. Das letzte Mal, ich habe extra nachgeschaut, war am 24.04. Und da ist Stefan schon sehr früh hochgegangen, weil er nämlich drin eingeheizt hat. Und heute ist, was ist heute? Der 19.06., glaube ich. Und ja, wir sitzen draußen bei traumhaften Wetter und haben super Ausblick und echt warme Temperaturen. Ja, und also viel passiert in dem Jahr, würde ich sagen. Auf alle Fälle. Und da gehen wir jetzt dann auch darauf ein. Ich habe einige Themen vorbereitet, über die wir sprechen können. Worauf ich aber nochmal zurück möchte, ist auch beim letzten Mal, wir hatten den Titel Anna Harner und warum KI keinen Kaiserschmarrn machen kann. Und ich habe versucht, ich habe mir die Folge bewusst nicht mehr angehört, aber ich habe versucht, Revue passieren zu lassen, über was wir da gesprochen haben. Aber ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Weißt du es noch? Ja, ich glaube, du hattest Intro vorgelesen, die du von der KI über mich hast erstellen lassen. Ja, genau. Und da war irgendwas, war nämlich falsch, wo ich gesagt habe, das passt. Der Geburtsort war falsch. Geburtsort, genau. Und dann war es halt von der KI. Und vielleicht hat die auch fälschlicherweise nicht gesagt, dass ich gerne Kaiserschmarrn esse. Ich weiß es nicht. Nee, stimmt. Witzig. Schau, hätte ich mich anders darauf vorbereitet und es nochmal angehört, dann hätte ich vielleicht nochmal die KI gefragt und mal schauen, ob etwas anderes drin gestanden wäre. Das wäre spannend. Ja, sehr cool. Genau, aber vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Du hast es gerade schon gesagt, du warst damals, ich glaube, es war eine Woche oder irgendwie knapp, ich weiß nicht, wann ist Valentin auf die Welt gekommen? Ja, er ist 13 Monate alt, also war dann nicht mehr lang hin. Ja, genau. Also es war kurz davor. Deswegen echt sehr, sehr spannend und ich glaube, es gibt ein paar spannende Themen, über die wir jetzt reden können, was bei dir und auch bei euch jetzt irgendwie so in das ganze Jahr über passiert ist, was sich verändert hat. Bei euch ja auch. Genau, bei uns ja auch. Genauso gewachsen. Ja, das haben wir vorhin beim Hochgehen gemerkt, dass wir so, das ist ganz witzig, ist jetzt sich so ein Jahr oder ein bisschen länger als ein Jahr danach wieder zu treffen und bei jedem ist irgendwie voll viel passiert. Das ist echt spannend. Vielleicht die Prinzip, oder die erste Frage, wie geht es euch dreien? Ja, richtig gut. Also wir erobern die Gipfel hier im Chiemgau. Das ist super cool, dass Valentin halt genauso gerne in den Bergen unterwegs ist wie ich und das ermöglicht es mir natürlich auch weiterhin schön in den Bergen unterwegs zu sein. Ja, das heißt, er ist viel in der Trage und wenn wir nicht am Berg sind, dann bin ich mit ihm halt mit dem Kinderwagen unterwegs und gehe dann laufen. Das heißt, er begleitet mich noch bei fast jeder Sporteinheit, die ich mache. Ja, das ist echt cool. Und vorne in der Trage hat man gemerkt, er chillt da auch echt gut, dass ich ihm scheint es zu gefallen. Ja, es ist ja auch ein Leben, zu den Hütten hochgetragen zu werden, Kaiserschmarrn zu essen oder wieder runter zu gehen. Du hast vorhin gesagt, ihr seid eh marinamäßig am Hochgernhaus oben und beim Ali habt ihr jetzt schon extra einen Kindersitz bekommen. Richtig, er hat einen eigenen Kinderstuhl da und gilt als der jüngste Stammgast des Hochgernhauses. Ja, sehr, sehr cool. Das ist echt sehr cool. Und da ist auch, da schließt sich der Kreis zum Kaiserschmarrn, also Hochgernhaus hat auch den besten Kaiserschmarrn im Chiemgau. Also falls jemand den Podcast hört und mal hier in der Gegend ist, kommt zu Ali ins Hochgernhaus. Ja, sehr cool. Und falls ihr jetzt zu Hause auch ein paar Geräusche hört, Valentin findet das Mikrofon sehr spannend. Weil er noch nicht reden kann, macht er sich so gut. Ja, genau, genau. Von dem her, ja, ich freue mich wirklich, dass ihr da seid. Eine Frage gleich am Anfang. Wie ist es Mama oder Eltern zu sein und hattet ihr davor irgendwelche Vorstellungen? Ist es den Vorstellungen entsprechend oder wie fühlt es sich an? Ich glaube, es ist ein großer Vorteil, dass ich mir wenig Gedanken im Vorhinein gemacht habe und dadurch halt auch wenig Vorstellung hatte, sondern einfach alles auf mich habe zukommen lassen. Ich glaube, weil ich hätte mir das ja gar nicht so ausmalen können, dass es so problemlos funktioniert, mit ihm, ja, Gipfel zu besteigen. Und dadurch, dass ich aber halt einfach das alles auf mich habe zukommen lassen und einfach geschaut habe, okay, was funktioniert mit Valentin? Was macht er gut mit? Er hat sich halt gar nicht so viel verändert wie vorher. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt auch im Hochgehen ein bisschen besprochen haben, was Stefan II, sag ich mal, zur Trainingslehre gesagt hat. Es gibt halt so viele verschiedene Meinungen. Je mehr man es sich anhört, desto unsicherer wird man eigentlich. Und so ist es, glaube ich, auch in Bezug auf Kinder. Da gibt es auch halt so viele Ansichten. Und ja, am besten, also das habe ich für mich festgestellt, ich höre einfach auf mein Gefühl und mache das einfach so. Und wenn man anfängt, irgendwo was nachzulesen, dann gibt es eh zehn verschiedene Meinungen. Und Valentin entscheidet ja am Ende, ob er das so mitmacht oder nicht. Ja, voll. Und da hast du gesagt, dass du da aber auch fein mit bist. Dass du einfach dann, dass quasi Valentin eigentlich so ein bisschen mit vorgibt, was cool ist und was nicht cool ist. Ja, ich glaube, das ist schon eine bewusste Entscheidung, die man dann irgendwann treffen muss. Also das vor allem, also so ein kleines Kind. Also natürlich mache ich, also ist mir das Laufen extremst wichtig noch und der Sport. Und gleichzeitig trotzdem habe ich für mich beschlossen, dass halt jetzt in den ersten Jahr oder zwei Jahren Valentin im Fokus ist und ich den Sport mache, soweit es geht und aber eher so ein bisschen die Geschwindigkeit vorgibt. Also das heißt, ich war schon auch Anfang des Jahres deutlich ambitionierter schon mit Wettkämpfen, einfach weil ich ja schon recht fit bin, dadurch, dass ich mit ihm so viel mache und dann halt auch echt Bock hatte, das bei irgendwelchen Wettkämpfen zu zeigen und vor allem auch irgendwelche längeren Trails zu laufen. Und da aber es mit Valentin noch nicht funktioniert, dass ich halt acht Stunden auf den Trails unterwegs bin und ihn halt schlecht mitnehmen kann und dann auch für mich so ein bisschen zurückgerudert habe und halt gemerkt habe, okay, ich kann nicht sagen, Valentin ist im Fokus und dann gleichzeitig aber unbedingt dann irgendein Rennen durchdrücken wollen und er merkt es halt sofort. Also ich hatte das Gefühl, als ich dann vorhatte, ihn abzustillen, auf einmal wollte er ja halt nichts anderes mehr essen außer Muttermilch. Also der ist ja dann auch super feinfühlig und denkt so, okay, also du willst das so, dann zeige ich dir mal, dass es dann doch irgendwie ein bisschen flexibler im Kopf bleiben muss. Ja, aber sehr, wie du sagst, feinfühlig. Das ist da echt super interessant, weil das ist, merke ich auch bei meiner Tochter, bei der Anna ist auch so, gerade die ist schon älter, aber es ist so feinfühlig einfach und das ist, ja, die geben dann halt vor, was wir vorhin schon gesagt haben. Wie war das für dich, weil du gerade gesagt hast, du hattest am Anfang im Kopf eigentlich schon, dass du vielleicht früher wieder an Wettkämpfen teilnimmst und so. Wie war das dann für dich, da den Switch hinzubekommen und zu sagen, nee, jetzt doch nicht, sondern jetzt gibt Valentin wirklich das Tempo vor? Also es juckt schon in den Beinen und vor allem dann beim Chiemgau Trailrun bin ich dann trotzdem an die Strecke und habe die anderen Feuerläufe angefeuert und da war schon, dass ich dachte so, boah, ich hätte jetzt so Bock hier auch halt einfach unterwegs zu sein und aber gleichzeitig, dass ich das dann eher als Motivation sehe oder als schönes Gefühl, dass ich noch so einen Spaß daran habe und das halt alles zu seiner Zeit und das Laufen läuft ja sozusagen nicht weg. Also es ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt im Frühjahr oder Sommer nicht die Wettkämpfe laufen kann, dass die dann halt weg sind. Also es ergibt sich ja dann immer wieder neue Möglichkeiten und da vertraue ich dann einfach drauf, dass die dann halt zur richtigen Zeit kommen. Ja, voll. Und vielleicht da gleich, weil du gesagt hast, da juckt es dann schon in den Beinen. Wir waren am Wochenende in Garmisch beim Zut und ich konnte auch nicht laufen, wollte aber auch und Stefan ist gelaufen und die anderen auch. Und mir ging es genauso. Ich fand es mega cool dabei zu sein und irgendwie die anzufeuern und zu supporten und das mitzuerleben, aber gleichzeitig juckt es einen ja schon. Was genau juckt dich da oder was? Ja, ich glaube, dass ich auch Bock habe, mich selbst zu challengen und auch neue Dinge zu erleben. Sprich, also meine Ambition ist schon, Richtung längere Distanzen zu gehen. Also die 100 Kilometer reizen mich total und das ist für mich auch der logische nächste Schritt. Ja, der halt jetzt noch ein bisschen warten muss, aber halt da soll es langfristig für mich hingehen, weil ich merke einfach, dass ich extrem Bock darauf habe, das zu laufen und zu schauen, okay, was passiert dann mit mir, was passiert mit meinem Körper, welche mentalen Herausforderungen werde ich dort haben, ernährungstechnisch, wie funktioniert das? Also es ist natürlich 100 Kilometer immer nochmal was anderes und ja, das ist aber auch gleichzeitig so was, was mir dann ja so positives Ziel für die Zukunft Richtung Trailrunning gibt, dass ich merke, okay, da habe ich noch was, was ich halt noch nicht kenne, wofür ich brenne und was ich dann halt irgendwann angehen werde. Ja, also wirklich auch neue Bereiche an dir oder einfach auch kennenlernen, sage ich mal, durch neue Herausforderungen, anderen Input, ja, super interessant. Ich glaube, Grundlagenausdauer hast du momentan sehr, sehr gute oder auch, nachdem du sehr viel immer jetzt wandertechnisch in den Bergen unterwegs bist quasi. Ich glaube, ja, Grundlage, Kraftausdauer, also durch das Zusatzgewicht, Zusatzgewicht, das ist halt schon, ja, ist das halt immer die ganzen Höhen, Meter hochzutragen, ist dann, wenn ich dann mal tatsächlich dann alleine unterwegs bin, sprich dann Lauf ohne Kinderwagen oder ohne Valentin vorne an mir geschnallt, dann merke ich schon, dass ich quasi fliege, entlang fliege. Genau. Alles gut bei ihm. Ich möchte auch was sagen. Ja, ähm, was gibt's, was sich bei euch so wirklich komplett verändert hat, seitdem Valentin da ist? Also klar, eine Person mehr und es hat dich wahrscheinlich viel verändert, aber was ist so, ähm, was fällt dir da Spuren oder was schießt als erstes in deinen Kopf? Ähm, für mich, also ich glaube, dass man halt bei den Gedanken halt nicht mehr nur bei sich ist, sondern halt der erste Gedanke immer halt dann auch zu Valentin geht. Also dass man halt ganz anders denkt. Und auch, dass ich halt jetzt, wenn ich Touren aussuche oder gehe, ähm, mir immer bewusst bin, dass ich halt Valentin bei mir habe. Und das ist dann halt, dass ich dann halt eine ganz andere Risikobereitschaft habe. und halt, ähm, ja, die Touren dann, wenn ich die noch nicht kenne, nur gehe, ähm, dass ich dann weiß, okay, würde ich den Weg, den ich gerade hochgehe, auch wieder runtergehen? Und wenn ich das nicht mit Ja beantworte, gehe ich nicht weiter, weil ich dann halt nicht weiß, ähm, ja, ob irgendeine Tricky-Stelle kommt und da möchte. Also da gehe ich halt nur Sachen, wo ich mich extrem sicher fühle, ähm, und das hat sich verändert. Da hatte ich wahrscheinlich, ähm, vorher eine ganz andere Abenteuerlust in mir, sage ich mal so. Ja, okay, okay. Aber die ist, die immer noch da, oder? Also die ist immer noch da. Jetzt, wenn du mit Valentin unterwegs bist, ist sie quasi dann natürlicherweise quasi gedämpft, ja. Ja, und auch wenn ich, ähm, allein unterwegs wäre, dann, ähm, da fühle ich mich halt bei anderen, also dann bei anderen Schwierigkeitsgraden noch sicher, ähm, weil es ja schon was anderes ist, wenn ich ihn vor mir in der Trage habe, dann sehe ich ja nicht direkt die Füße vor mir. Das heißt, ich muss halt sehr viel halt immer vorausschauend gehen, vorher das Terrain sehen und halt immer einen guten Stand haben. Ähm, ja, aber so generell ist, glaube ich, die Risikobereitschaft, ähm, eine andere geworden, ja. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, eigentlich auch echt cool, weil du dadurch irgendwie neue Sichtweise und neue Blickwinkel entdeckt hast? Hm. Ähm, ja, auch eine, ja, ich glaube vor allem so eine, eine Lockerheit, weil ich halt weiß, dass man Dinge bis zu einem gewissen Grad planen kann, aber es dann halt trotzdem ganz anders kommen kann. Ähm, ja, sprich, wenn Valentin Hunger hat, dann machen wir halt irgendwo eine Pause und er trinkt erst mal, ähm, ja, oder dass ich da auch spontaner Touren umplanen oder anders planen. Das heißt, wenn er dann halt, ähm, ja, gut drauf ist und nicht dann Bock hat, dass wir dann doch halt irgendwie dann noch einen Gipfel mitnehmen. Ähm, oder gleichzeitig aber auch, dass dann manchmal das Gefühl hat, okay, ich glaube, es reicht für uns beide, dann kehren wir halt nur beim Ali ein, ätzen Kaiserschmarrn und gehen wieder runter. Also, dass es, ich vom Kopf da auch viel freier und flexibler bin und nicht mehr so, ähm, ich glaube, ja, das, was ich mir vorgenommen habe, das muss ich dann auch umsetzen. Nee, es wird so kommen, wie es dann gut ist. Fällt dir das leicht oder schwer? Weil dir ja schon noch, sag ich mal, also aus dem Straßenlaufbereich und leistungsorientierten Bereich ist das natürlich jetzt, sag ich mal, ein ganz anderer Ansatz, der natürlich jetzt, sag ich mal, im ersten Moment natürlich durch Valentin kommt. Aber fällt dir das schwer oder ist das, wo du denkst so, nö, passt eigentlich voll? Ähm, ich merke, dass das eigentlich total mehr naturell ist. Und durch, durch das Trailrunning, das war schon ein extremer Schritt dahin. Also dadurch bin ich ja schon, also Straßenlauf war halt super, super krass fokussiert, ähm, oder halt, ähm, fix an einem Plan haftend. Also da war halt, da käme ich nie auf die Idee, eine Trainingseinheit irgendwie um fünf Minuten zu verändern oder halt zwei Trainingseinheiten in der Woche zu tauschen, ähm, undenkbar für mich damals. Und da war Trailrunning schon ganz anders, dass ich dann halt angefangen habe, mich selbst zu trainieren, ähm, viel gefühlsbetonter trainiert habe, äh, geschaut habe, nach was fühle ich mich heute? Fühle ich mich danach halt, äh, Intervalle runter zu schrubben oder fühle ich mich danach halt eher in, äh, moderaten Run, ähm, in den Bergen zu machen? Ähm, und das war quasi der Zwischenschritt zu dem, das, was halt jetzt ist. Jetzt höre ich halt nicht nur auf mein Gefühl, sondern auch auf, äh, Valentin. Ja, deswegen war das dann so ein fließender Übergang. Und aber dadurch, dass es halt für mich, ja, ich das Gefühl habe, dass ich darin, ja, das, äh, aufgehe oder halt, ähm, ja, das mir entspricht, scheint es auch mein Mal naturell zu sein, von dem ich halt jetzt vielleicht viel näher bin, als ich es, ähm, vor Jahren war. Mhm, spannend, oder? Ja. Irgendwie, ja, da hörst du wahrscheinlich auch viel mehr dann jetzt nochmal in dich rein, weil es natürlich schon eine Veränderung ist, oder? Du hast davor auch schon immer sehr viel in dich reingehört, gell? Ja, 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 also auf der Straße habe ich viel auch, äh, oder konnte ich gut nicht auf meinen Körper hören oder halt bewusst Signale unterdrücken. Anders geht es ja nicht, dass man dann halt von Verletzung zu Verletzung auch läuft. Ähm, das habe ich beim Trailrunning schon richtig gut dann geschafft. Ähm, und ich glaube, dass, also mittlerweile ist mein Körpergefühl halt richtig gut ausgeprägt, ähm, ja, was mir im Sport dann auch hilft und aber auch, glaube ich, jedem Menschen generell im Leben. Also je besser man auf seinen Körper hören kann, desto besser kann man sein Leben auch so gestalten, ähm, ja, dass es einem gut geht, dass man gesund ist und dass man glücklich ist. Ja, voll. Ich glaube, mit Stefan rede ich da auch oft drüber, so im Sinne von, muss man immer auf die Uhr schauen, muss man immer auf die Herzfrequenz schauen oder schaut man einfach, wie es heute einfach geht und macht dann das, was vielleicht dann auch einfach gut tut. Ja, oft ist ja, also das ist, als Läufer hat man das ja im Gefühl. Also, aber die, man braucht meist halt nochmal die Bestätigung von der Uhr, was ja eigentlich total erschmarrn ist, ähm, und ich glaube, dass da, ähm, ja, wenn man einfach sich zugesteht oder halt sich selbst mehr vertraut, dann wird das immer unwichtiger. Und gleichzeitig ist es ja cool, die Uhr zu haben, um halt hinterher, ähm, schauen zu können, passt mein Gefühl zu der Zeit oder auch in manchen Trainingsphasen ist es auch cool, dann halt, äh, ganz, äh, nach Uhr zu laufen, aber halt, dass man beides kann. Ja, voll. Ich glaube auch, dass, wahrscheinlich gibt es da kein Schwarz und Weiß, sondern eben, ähm, Graubereich in der Mitte. Manchmal ist das cool, manchmal ist das cool. Aber wie du schon sagst, ich glaube, so eine Bestätigung auch, dass man dann weiß, hey, mein Körpergefühl hat mich irgendwie nicht getäuscht. Ja. Ähm, sondern es passt auch ein Dingermaßen. Wie ich mich fühle und zu dem, was dann irgendwie auch die Uhr sagt. Ja. Ja, ja. Ähm, was gibt's, was du, oder gibt's irgendwas, das du vermisst, seitdem Valentin da ist? Ähm, hm. Naja, eigentlich ist es also tatsächlich einfach vieles noch cooler geworden. Also das Spaß, sag ich immer, äh, zu, weil die so, äh, ist mein bester Bergbuddy, weil wir halt jetzt schon so viele Gipfel gemeinsam erklommen haben. Ähm, also klar hat sich manche Dinge halt ein bisschen verändert. Also das ist halt auch, ähm, wenn ich mit ihm auf den Berg gehe, sonst war ich halt in zwei Minuten bergfertig. Jetzt muss ich dann halt schon immer für ihn noch das, also brauche ich dann halt immer nochmal zu sich ein Wechselzeug für ihn, muss halt immer mehr, äh, Sachen noch einpacken. Ähm, also das heißt, äh, zeitmäßig muss ich es ganz anders einplanen. Ähm, ähm, aber, nee, ich vermisse tatsächlich gar nichts. Das ist doch cool. Das ist doch echt cool, ja. Ja. Ähm, du hast vorhin gesagt, du machst auch, das hast du vor dem Podcast noch gesagt, du machst auch Intervalle dann mit Buggy vorn dort. Ähm, hast du da irgendwelche, vielleicht auch an die zuhörenden Mütter oder auch Väter, die mit Buggy und, ähm, laufen und hast du da irgendwelche Tipps, wie das gut funktioniert? Weil ich weiß, ich hatte das früher bei der Anne auch probiert und mich hat es andauernd genervt, diesen Buggy vor mir herzuschieben. Deswegen habe ich es dann immer nicht gemacht. Ja, ich glaube prinzipiell, äh, beim Training, dass man halt, ähm, einfach dann immer schaut, okay, was ist möglich, was kann ich machen und dann halt so eine Freude daran zu gewinnen, halt immer wieder neue Trainingsarten sozusagen, ähm, sich auszudenken oder zu finden. Also, ähm, beim Kinderwagen dann, ich stelle mir dann echt immer vor, das ist halt wie beim Crossfit, ähm, ähm, dieses Schlitten schieben. Ähm, und dann ist halt Valentin mein Gewichtsschlitten, den ich von mir her schiebe. Und es macht ja dann schon auch richtig Bock, wenn man halt wirklich, also da kann man halt richtig gut den Fußabdruck, äh, trainieren. Also, ähm, ja, mit, äh, Körper nach vorne geneigt und dann halt wirklich aus den Beinen herausschieben. Ähm, und dann zum Beispiel war ich bei Lisa in Berlin und dann, äh, hat's, äh, wollte Valentin eben nicht einen Kinderwagen. Ich hatte ursprünglich geplant, mittlerweile einen Kinderwagen zu machen und dann habe ich die Trage genommen und, äh, bin dann, äh, ins Fitnessstudio von Lisa, wo sie immer ist und die ist halt in der dritten oder vierten Etage und hab dann halt einfach mit ihm in der Trage, bin ich, ich glaube, 42 Mal das Treppenhaus hoch und runter. Sehr geil. Und was halt dann auch irgendwie, also, und es ist dann nicht, dass es halt so ein Gefühl von ist, von, oh, ich muss jetzt irgendwas trainieren und halt, sondern ich habe dann echt Spaß an sowas, dass ich... So adaptieren dann quasi. Ja, dass ich dann halt einfach denke, so, das ist ja irgendwie cool, wie viele Höhenmeter kann ich jetzt hier in Berlin halt einfach so sammeln, ähm, und halt dann auch die Leute beobachten, äh, die man dabei trifft und festzustellen, wie viele Menschen mit dem Fahrstuhl ins Fitnessstudio fahren. Und ich dachte so, das ist schon krass. Also, man fährt mit dem Fahrstuhl, um dann zu trainieren und dann mit dem Fahrstuhl wieder runter. Das hat mich eher ein bisschen erschreckt, aber, ja, aber sowas dann halt, ähm, einfach Möglichkeiten zu finden, wie man mit Kindern halt trotzdem trainieren kann. Ja, muss ich echt lachen wegen Aufzug und Fitnessstudio. Das ist echt ziemlich lustig, ja. Ja, es ist, äh, ja, ein bisschen sinnbildlich, wie, äh, wie die, also, die Menschheit tickt, also, da, äh, mich auch eingenommen, also, dass man manchmal halt Dinge macht, die halt, äh, eigentlich keinen Sinn machen, ne? Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Oder wenn man vielleicht gerade einfach Lust hat, Aufzug zu fahren. Es könnte auch an der Freude am Aufzug fahren liegen, ja, das stimmt. Was hast du doch so für, weil ich finde das super spannend, dass du da so, also, du wirst ja dann echt kreativ, sag ich mal, in deinem Training oder in dem, was du machst. Was gibt's noch für so, hast du irgendwelche lustigen Anekdoten, wie du, was du für lustige Trainingseinheiten mit Valentin hattest? Ähm, ja, also, das, ähm, ich war, ähm, Bad Gastein beim Community Trail Weekend, ähm, weil Lisa und ich da auch, ähm, Klienten, äh, oder Coaches haben, die war auf die Infinite Trails vorbereiten, und da war halt, das war von dem, äh, ähm, Königmann, äh, dieses Wochenende, wo es so richtig krass geregnet hat. Ah, ja, ja. Und dann dachte ich schon so, okay, wie mache ich das mit Valentina? Also, bei Nieselregen war ich schon unterwegs, aber es hat halt richtig heftig geregnet. Und, und, aber dann gleichzeitig halt, ähm, ja, das, äh, einfach so zu schauen, wenn es ihm nicht taugt, ja, okay, dann, ähm, muss ich halt mit der Bahn irgendwie, äh, hochfahren. Aber dann habe ich mir einfach halt eine Regenjacke, ähm, Größe L angezogen, ihm eine Regenjacke, Größe M angezogen, an den Arm Knoten reingemacht, dass kein Wasser reinläuft, und die L-Regenjacke halt vor ihm dann zugemacht und bin dann halt mit ihm, ähm, das sind wir 1100 Höhenmeter, glaube ich, ähm, hochgehykt. Also, und das ist, äh, ihm hat der Regen überhaupt nichts ausgemacht. Also, das ist manchmal auch so, das, was dann halt im Kopf ist, auch so, oh, es regnet. Also, meist finden das ja, findet man das als Erwachsener schlimmer als für Kinder, als wie Kinder, wenn man beobachtet, Kinder spielen im Regen halt super gerne. Und, ne, und klar ist einfach wichtig zu schauen, dass er nicht kalt wird, aber alles andere. Und halt oben waren dann halt Wechselkleidung deponiert, dann hat er sich, habe ich ihn umgezogen, ich habe mich umgezogen. Ähm, also da auch wieder, ähm, einfach schauen, ja, wenn es nicht möglich ist, ist es nicht möglich, aber oft ist es halt mehr möglich, als man denkt. Ja, und das ist, glaube ich, das ist echt ein guter Punkt, weil, wie du schon sagst, man, man macht sich da von Haus aus irgendwie Gedanken über irgendwas. Wenn man es aber runterbricht, ist es, ja, eigentlich will ich ja nur schauen, dass Valentin nicht auskühlt. Ja, genau. Und wie schaffe ich das, ja, indem ich halt eine größere Regenjacken oder zwei Regenjacken nehme und dann, sag ich mal, das Risiko, was man davor irgendwie im Kopf hat, eigentlich schon echt minimiert. Und dann kann man es irgendwie, dann kann man doch gemeinschaftlich was erleben. Ja, 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 ihm hat es getaugt, mir hat es getaugt. Ja, cool. Ja. Echt cool. Ähm, ihr habt ja auch eure, ähm, Coaching-Plattform immer noch, du und Lisa. Habt ihr da noch irgendwie gemerkt, seitdem, ähm, Valentin jetzt da ist, dass irgendwie auch mehr Mütter oder mehr Väter gekommen sind, irgendwie auch mit dem, mit, um neue Inspiration dann bei euch zu suchen? Ähm, ja, tatsächlich, ja. Also Frauen, die halt während der Schwangerschaft, die halt sagen, sie wollen halt gern noch weiterhin, ähm, was für sich machen. Und da ist halt, äh, klar, da verändert sich der Fokus im Training. Also das war bei mir auch. In der Schwangerschaft geht es nicht darum, irgendwie Leistung aufzubauen, sondern halt einfach im Fitnesslevel zu halten, weil, das merke ich ja jetzt, es hilft extremst, wenn man fit und stark ist, wenn dann so ein Baby da ist. Also, weil halt irgendwie so ein Gewicht, ähm, also den ganzen Tag umherzutragen, ähm, und man ist unfit, dann macht das halt echt keinen Spaß. Ähm, und das heißt, dass dann halt, ähm, wir Frauen während der Schwangerschaft zum Teil bekleiden, wo es dann halt nicht geht, möglichst viele Kilometer zu laufen, sondern einfach halt auch schon mal Übungen für den Beckenboden zu machen und einfach, ähm, das, was man halt noch gut während der Schwangerschaft machen kann. Ähm, ähm, oder dann halt auch Frauen, die ihr Kind bekommen haben, äh, die dann sagen, sie wollen, äh, halt jetzt gern wieder, ähm, ins Training im Sinne von halt in die Bewegung kommen und wieder fit werden. Ähm, ähm, ja, das ist, glaube ich, neu durch, äh, durch, äh, also meine eigene Schwangerschaft, ähm, und das Kind, äh, kriegen, dass ich dann halt natürlich ein ganz anderes Know-how jetzt habe, weil ich das halt alles jetzt selbst an mir austesten konnte und selbst erleben konnte. Ja, superinteressant. Gibt es auch da, ähm, wie ist es für, ich sag mal, ich glaube, man hat es auf Instagram auch schon ein paar Mal gesehen, Lisa ist auch happy in ihrer Rolle als Tante. Ja, total, also, äh, die, ähm, die genießt total und unterstützt mich da halt auch. Also, das heißt, ähm, das war natürlich bei unserem Coaching, ähm, war dann in den, äh, vor allem in der Phase, wo, äh, ich mit Valentin im Krankenhaus war, dadurch, dass er halt, äh, früher als geplant kam, ähm, und wir auf der Intensivstation waren, ähm, da konnte ich dann halt, hab ich beim Coaching halt erstmal, äh, wirklich auf das Nötigste runtergefahren. Und aber gleichzeitig sind ja, will ich ja die Coaches da nicht halt einfach so alleine lassen. Also, klar haben die dann auch Verständnis, dass ich dann halt, äh, ein bisschen länger vielleicht für Antworten brauche. Aber da hat Lisa mich halt auch richtig gut unterstützt und hat dann halt mehr übernommen. Und das ist halt der Riesenvorteil, wenn wir zu zweit sind, dass man sich dann halt auch so die Bälle zuspielen kann. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch. Also, wenn man sich halt gut versteht und da nicht jeder halt schaut, wie viel arbeitet jetzt der, wie viel arbeitet der, sondern man halt einfach Bock hat, sowas gemeinsam aufzuziehen, das ist dann halt ein Riesengeschenk, wenn man das gemeinsam machen kann. Ja, voll. Und ich glaube, das ist auch, das ist unfassbar wichtig. Ich meine, das ist bei uns bei Sollte ja auch so. Ich meine, jeder hat ja nicht nur, sag ich mal, bei euch das Coaching und bei uns jetzt nur Sollte. Jeder hat irgendwie noch ein Leben daneben, ja. Und da gibt es auch mal Phasen, wo man jetzt für gewisse Bereiche im Leben eben mehr Fokus verwendet und mal wieder auf andere Bereiche mehr Fokus. Und dann ist es halt cool, wenn andere da sind, die supporten können und auch sagen, hey, das ist total fein. Wenn jetzt, wie bei dir, wenn du jetzt gerade Mama wirst, ist halt der Fokus einfach mal für den Zeitraum auch ein anderer, ja. Ja, ja. Kehrt aber einfach zum Leben dazu, dass der Fokus nicht immer zu 100 Prozent immer nur auf dieser einen Sache sein kann, sondern es gibt irgendwie Sachen im Leben, die verändern halt den Fokus. Das kann alles Mögliche sein, ja. Und das ist cool, wenn man dann da irgendwie einfach ein Backup hat. Ich sage mal aus unternehmerischer Sicht, aber auch aus freundschaftlicher Sicht oder bei euch aus Schwester-Sicht. Aus Schwestern-Sicht. Ist es einfach cool, wenn man das irgendwie einfach hat und dann auch irgendwie voll akzeptiert, ja. Wie war das? Das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, weil wir jetzt viel über Training und so gesprochen haben. Hast du, ich weiß nicht, ob wir beim letzten Mal schon darüber gesprochen haben, hast du im Vorfeld oder während der Schwangerschaft auch Nachrichten, Messages bekommen, die gesagt haben, kann ja nicht sein, dass du jetzt schwanger bist und dir noch einen Berg hoch gehst und keine Ahnung was. Hat sowas stattgefunden? Das kenne ich tatsächlich nur von Erzählungen von anderen Schwangeren, dass die dann halt irgendwie auch, wenn sie dann noch auf den Berg gegangen sind, oder dass die mir geschrieben haben, ob ich halt auch dann so blöd angemacht werde. Und ich, also auch selbst jetzt, wenn ich mit Wallenchen irgendwelche Touren mache, bisher nur positives Feedback hatte oder dass die also eher so erstaunt waren, so wow, dass du halt, also dass ihr jetzt mit dem Kind da unterwegs seid, also wie cool, dass er jetzt schon die Berge sieht. Und ja, also zum Glück viele tolle, positive Begegnungen. Ja, cool. Wahrscheinlich auch, weil du da, weil du halt relativ, ich hoffe, man hört es jetzt mal, ich hoffe, man hört es in den Mikrofonen, hier sind die Murmeltiere gerade unterwegs. Irgendwo wandert jemand lang und die geben Signale. Hier ist nämlich echt großes Murmeltierland, was ziemlich cool ist. Ich glaube, das taugt dann auch Valentin, wenn er mal ein bisschen größer ist. Wir waren vor ein paar Wochen auch mit den Kids hier oben und dann haben wir nur Murmeltier schauen. Genau, wo wir stehen geblieben. Genau, weil ich glaube, dass es auch cool ist, wie du halt einfach damit umgehst. Und ich glaube, das liegt auch daran, wenn du jetzt am Berg unterwegs bist, was strahlst du aus? Oder auch, ich sage mal, als schwangere Frau, glaube ich, wenn du da auf den Berg hochgehst und irgendwie total am Abkämpfen bist und keine Ahnung was, dann wirst du vielleicht eher kritisch beäugt, wenn du da irgendwie super fröhlich und einfach, wie du gesagt hast, das Körpergefühl, wenn du einfach weißt, es tut dir und dem Kind gut, dann strahlt man das natürlich auch aus. Und gleichzeitig, ich da vielleicht früher, auch wenn dann halt irgendwie Kritik kommen würde, ich da anders damit umgegangen wäre. Mittlerweile weiß ich halt, es ist ja auch völlig in Ordnung, dass jemand eine andere Meinung hat. Das ist sowas, was so ein bisschen, finde ich jetzt, Achtung, ein bisschen Gesellschaftskritik, ein bisschen verloren gegangen ist, das nicht mehr ertragen wird, dass wenn jemand halt einfach mal eine andere Meinung hat, wo man denkt, ey, ist doch alles in Ordnung. Also ich sehe das anders, aber das ist ja zum Glück so, dass jeder halt Dinge anders sehen kann und Dinge sich ja auch verändern. Manche Dinge, die ich halt früher anders gesehen habe, sehe ich heute vielleicht wieder anders. und ja, ich dann halt auch ein bisschen entspannter bin. Selbst wenn jemand sagen würde halt so, ja, das würde ich mit Kind nicht machen, ist es ja völlig in Ordnung. Muss er ja nicht, aber hat ja nichts damit zu tun, wie ich ja mit Valentin unterwegs bin. Hast du da, weil ich, bei mir aus können wir da gerne ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich finde das ein super spannendes Thema. Hast du da den Eindruck, dass es irgendwie, dass das mehr wird oder so, dass Leute eben viel mehr auf andere schauen und dann irgendwie urteilen, anstatt irgendwie einfach zu sagen, hey, ist ja cool, was der macht oder ist für denjenigen vielleicht cool. Klar, kommt es immer darauf an, was es ist, ja, muss man relativieren. Aber hast du den Eindruck, dass das irgendwie ein bisschen, ich sage mal, unentspannter wird? Ja, schon. Und auch, dass halt sich schneller eine Meinung von irgendwas gibt, gebildet wird, wenn man halt nur quasi so gefühlt ein Bild von irgendwas bekommt. Also, dass man ja oft wenig Hintergrund hat, aber dann meint, man müsste schon jemanden beurteilen. Also, das kann ja auch im Kleinen sein, dass halt irgendwie bei einem Wettkampf oder man sieht einen Läufer, der halt aussteigt und dass dann manche Gedanken kommen halt so, jetzt steigt der da aus oder so. Denkt, du hast doch keine Ahnung, wie der Wettkampf bis dahin verlaufen ist. Oder, also... Kam aus einer Verletzung zurück oder keine Ahnung was. Richtig, also oder halt läuft ein Wettkampf mit einer Leistung, die man denkt so, ich hätte ihm eigentlich mehr zugetraut, aber da halt, ja, den Gedanken kann man ja haben, hätte ich mehr zugetraut, aber dann halt irgendwie eine Wertung dadurch mit reinbringen, die die Person betrifft, ja, dass es ja oft sehr viel vielschichtiger ist, als man im ersten Moment wahrnimmt. Und das ist, glaube ich, schon, dass so wie das halt heutzutage ist, dass halt immer alles schnell, 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 also auch im Sinne von Nachrichten, die man konsumiert. Also, es ist ja... Früher musste man bewusst irgendwie Nachrichten suchen oder schauen und jetzt, sobald man ein Handy in der Hand hat, hat man halt zack, 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 überall kommt irgendwie neue Reize, neue Nachrichten, die man verarbeiten muss. Und so ist, funktioniert auch mittlerweile das Gehirn und so werden natürlich die Nachrichten auch verpackt, möglichst kurz, möglichst knackig und dann halt mit irgendeiner Headline, die reißerisch ist, dass man halt auch darauf aufmerksam wird und das dann oft aber auch zu Lasten von, ja, irgendwelchen Menschen ist, wo ich mir manchmal denke, hey, da steckt ein Mensch dahinter. Also, ganz egal, ob ich das jetzt gut finde, was der gemacht oder gesagt hat, aber dann irgendwelche reißerischen Überschriften. Ja, und dann muss ich mich dann auch selbst immer, dass ich denke so, nee, ich gehe da jetzt nicht drauf, weil also mit jedem Klick unterstützt man ja genau so eine Maschinerie. Und das ist halt irgendwie ein bisschen schade, dass es immer auf schnell, schnell, schnell alles gemacht wird und dann oft auch der Mensch da durch den Hintergrund gerät. Ja, voll. Ich stimme dir da komplett zu. Und vor allem, glaube ich, ist es echt so, du hast es gerade selber gesagt, man weiß ja nicht, was der Hintergrund irgendwie der Sache ist. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich bemerke das so oft, wenn man jemanden am Straßenrand laufen sieht und der läuft gerade super athletisch und schnell, dann ist irgendwie so bei ganz, ganz vielen Leuten so, oh, schau mal, wie schnell der läuft und so. Ja, vielleicht macht er gerade einen 30-Sekunden-Intervall. Also, weißt du, ich meine, oder der läuft irgendwie super, der sieht irgendwie total K.O. aus und langsam und weiß ich nicht was. Dann sage ich, das sieht aber nicht so gut aus, wie der läuft. Naja, vielleicht ist er gerade wie der Stefan am Wochenende 86 Kilometer gelaufen und probiert es halt jetzt irgendwie gerade wieder und sieht halt vielleicht noch nicht ganz so rund aus. Und das ist das mit diesem Hintergrund, wo ich finde, das wird viel zu schnell irgendwie geurteilt und Leute dann irgendwie, ja, und dann bewertet. Und das passiert natürlich dann auch mit ganz schnellen neuen Medien und reißerischen Nachrichten auch immer ganz, ganz schnell. Und ich finde es echt schlimm und nervig, dass man so schnell irgendwie über bestimmte Punkte urteilt. Klar muss man sich da selber auch, das passiert einem selber ja auch immer wieder, wenn man irgendwas sieht, dann denkst du, aber da muss man sich schon wieder immer relativieren und im Moment, also man weiß ja nicht, was irgendwie der Hintergrund ist, warum das jetzt so ist. Und das finde ich schon ganz wichtig, weil ich glaube, dass es viel mehr Akzeptanz da auch braucht oder viel mehr, ja, doch Akzeptanz, ja. Und ich glaube, dass auch, oder das merken wir auch im Coaching, dass auch die Menschen Angst vor solchen Bewertungen haben. Also im Sinne von, dass sie dann manchmal einfach gar nicht trauen, anfangen zu laufen, weil sie Angst haben, dass jemand dann halt den Gedanken haben könnte, Mensch, wie läuft der denn? Oder, also der ist ja viel zu langsam. Und also da halt auch, ja, aber auch das, was du gesagt hast, was man ausstrahlt. Ich glaube, je mehr man da für sich selbst im Reinen ist und halt so denkt, hey, ist doch cool, dass ich mich bewege. Ganz egal, wie langsam das jetzt im Moment ist, aber je mehr ich mich bewege, desto schneller wird es. Dass, wenn man diese Ausstrahlung hat, es auch immer weniger Menschen geben wird, die dann einen blöden Kommentar abgeben. Also, dass da sehr viel ist mit, dass man, die anderen Menschen kann man ja eh nicht verändern. Also man kann seine innere Haltung verändern und das hat aber oft auch Auswirkungen nach außen. Hast du schon immer so gedacht oder hattest du früher auch zum Beispiel das Denken, oh, was denken dann andere, wenn ich jetzt so laufe oder wenn ich jetzt irgendwie so, ja, vielleicht auch so gestylt bin oder sowas? Es hatte schon manche, dass ich dann bei einem Wettkampf oder so dann gedacht habe, boah, wenn der jetzt nicht gut läuft, also was dann, was wird dann geschrieben oder so? Was dann halt auch, ich mir mittlerweile denke, also so krass, wie wichtig ich mich dann auch genommen habe. Also so ganz ehrlich, wen interessiert das dann, wie ich den Wettkampf laufe? Ja, vielleicht fünf Leute und vielleicht schreibt dann auch mal einer darüber, aber so hallo. Also das ist ja so, dass dann halt sich mal rauszoomen und zu denken, ja, okay, ganz ehrlich, so wichtig bin ich jetzt auch nicht. Ja, ich glaube, aber das ist ganz witzig, ja. Ich glaube, das ist, ja, aber dadurch, du hast gerade selber gesagt, mit diesen Medien, die halt dann, heutzutage ist es dann, dann ist es vielleicht nicht wichtig, aber Medien machen es dann irgendwie mit einer Schlagzeile zu wichtig, sage ich mal, ja. Ja, super interessanter Punkt. Ich bringe immer wieder das Beispiel mit dem Barfußgehen. Das habe ich schon voll oft im Podcast erzählt, dass ich laufe halt einfach gern barfuß. Ich kriege die Krise, wenn ich den ganzen Tag außer beim Laufen oder in den Bergen Schuhe anhaben muss. Ist mir auch gerade aufgefallen, also oder dass du sofort hier in der Hütte angekommen, zack, Schuhe aus. Ja, ich finde das einfach, ich weiß nicht, ich mag Schuhe irgendwie einfach nicht. Und ich laufe halt dann auch zu Hause, wenn wir einkaufen gehen, laufe ich halt auch barfuß. Und so einen Tag wie heute, wenn es 30 Grad hat, das stresst mich halt nicht, dann auch in den Supermarkt barfuß zu gehen, weil ich denke, es hat 30 Grad. Also, dann wirst du schon komisch angeschaut. Und dann wirst du sehr schnell in eine Schublade gesteckt. Und ich denke mir dann immer, vielleicht habt ihr doch auch gerade alle Bock barfuß zu laufen. Ihr macht es nur nicht. Total. Also, mein Pruder macht es auch. Also, sobald, also, es irgendwie von Temperaturen möglich ist, läuft der barfuß rum. Und das ist, ja, also, selbst wenn dann manche das denken sollten, aber das ist ja dann, das zeigt meist, dass die halt irgendwas haben, was sie selbst sich nicht trauen, auszuleben. Vielleicht würden sie ja gerne einfach mal mit roten Haaren rumlaufen oder so. Ja, voll. Und aber dann eben das genau nicht können. Ja, voll. Merkst du da, weil du bist ja auch öfter in Berlin und ich war auch schon ein paar Mal in Berlin. Du weißt, welche Frage kommt. Aber merkst du da einen Unterschied zwischen Berlin und ich sag mal Bayern? Also, gibt es da einen Unterschied? Einen Riesenunterschied. in Berlin interessiert es absolut wirklich niemanden, wie man ist oder rumläuft oder überhaupt oder wenn man dann halt eine Runde beim See gelaufen ist und dann halt sich einfach schnell auf der Wiese umzieht. Also, man muss sich nicht mal schnell umziehen, weil das ist das dort. Also, selbst wenn da Leute nackt rumlaufen würden, da wird nicht mal jemand schauen, weil das ist, in Berlin ist so, ja, okay, also, da laufen halt welche nackt rum oder da laufen welche mit dem Kleidungsstück rum oder keinem Kleidungsstück oder der Haarfrisur oder ist es tatsächlich so, dass es da, dass man nicht mal das Gefühl hat, dass es irgendeine Aufmerksamkeit erregt, ja. Würde das, einfach nur so, könnte man auch eine KI fragen wahrscheinlich, glaubst du, das würde hier auch funktionieren? Ich sag jetzt mal, mit hier in, ja, vielleicht teilweise ein bisschen konservativeren Ecken, ähm, das würde hier auch funktionieren oder passen? Ähm, ich glaub, dass alles, was, also, dass es hier Aufmerksamkeit erregen würde, also, das muss dann nicht irgendwie negativ sein, aber dann wäre halt schon so, also, zumindest sind wir jetzt, äh, in der Ortschaft, dann schon die, ach, die, die immer in dem, in dem Bach, äh, morgens baden gehen, also, dass dann halt die Leute langlaufen und alles, was halt dann nicht so normal ist, vor allem, wenn man halt im Winter dann auch im Wasser liegt, ähm, ja, dass das dann halt einfach auffällt und darüber dann gesprochen wird, ähm, ja, aber das muss ja dann auch nichts irgendwie, äh, Negativstes sein, sondern das fällt halt einfach auf, dass man dann halt einfach für eine Sache dann, ähm, bekannt ist und du bist dann wahrscheinlich der, ach, der, der immer barfuß rumläuft. Ja, ganz so schlimm ist es zum Glück noch nicht, ähm, aber, ja, okay, ja, ich weiß, was du meinst, ja, 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 spannendes Thema, echt spannend. Und ja, spannend ist dann auch, also, inwieweit das dann halt zur eigenen Identität wird, ne, das ist dann, äh, wenn man dann halt von jedem angesprochen wird, derjenige, der barfuß läuft, also, dann läuft man vielleicht auch barfuß rum, weil man derjenige ist, der barfuß rumläuft, also, dass es dann halt irgendwann auch schon zur Identität wird und, ähm, das habe ich, ähm, oder da auch spannender Gedankengang, ähm, wenn man halt irgendeine Verletzung hat, irgendeine Nahrungsmittelunverträglichkeit, wenn man dann anfängt, sich zu sehen als diejenige, die, ähm, diejenige, die immer Probleme mit dem Schienbein hat, diejenige, die, ähm, keine Milchprodukte verträgt, dass es dann halt auch zur Identität wird und dann halt, sich davon dann wieder zu trennen, ähm, ist halt deutlich schwieriger. Also, auch dann halt jetzt, wenn ich, jetzt dadurch, dass ich ein Kind habe, wenn man dann halt ein Kind hat und, ähm, das Kind halt, keine Ahnung, dann halt irgendwas hat, ach ja, das ist, äh, oder er ist zu, äh, früher als geplant auf die Welt, äh, äh, dass man halt sagt, also, es ist ein Frühchen, dann ist es halt auch wieder eine Identität und dann hat das Kind halt auch all die Anzeichen, die ein Frühchen hat und deswegen lege ich da halt selbst so viel Wert davon, halt sagen, dass er halt früher als geplant auf die Welt gekommen ist, aber, ähm, ja, er halt, äh, trotzdem halt, äh, ja, kein Frühchen ist oder kein, ähm, ja, das kann man ja auf alles beziehen, wenn man dann halt sagt, ja, das Kind ist Epileptiker oder so, ja, dann wird es halt aber auch wieder zur Identität und das ist halt so was, mit was ich mich gerade ein bisschen beschäftige halt, wie schnell man halt auch durch die Wortwahl irgendwelche Realitäten erzeugen kann. Vor allem, wenn es wahrscheinlich, du hast gerade das Beispiel gebracht mit, ähm, war ich, ich weiß nicht, ähm, Laktose, nicht Laktoseintoleranz, irgendwie sowas. Ja, kein Milchvertrag. Das hat er dann auch, also das ist ja negativ assoziiert, also, vor allem, wenn man, ich glaube, wenn man zum Beispiel sagt, ja, das ist irgendwie der, der immer barfuß läuft, das bei mir, also ich, so weit ist es nicht, aber das hat er eher, sag ich mal, für einen persönlich eher eine neutrale oder Positiv-Assoziierung. Ähm, und da kommt es, glaube ich, echt auch drauf an, mit was man sich, oder wie identifiziert man sich denn überhaupt, also, ja, also, oder wie identifizierst du dich? Bist du die, bist du die Mama, die immer mit Kind am Berg ist, oder? Im Moment ja auch schon, äh, oder es sind eher dann halt, würde ich sagen, äh, so verschiedene Rollen, die man dann halt im Leben ähm, hat, ähm, also, dass man halt aber dann auch viele Rollen gleichzeitig, äh, hat und haben kann, also, dass es, äh, ähm, ich natürlich jetzt auch Mama bin, aber ich bin trotzdem auch immer noch, äh, Partnerin oder ich bin, ähm, äh, Geschäftspartnerin auch von Lisa, gleichzeitig bin ich halt Schwester, äh, von meinen Geschwistern, ähm, also, Athletin, Athletin, genau, immer noch ein super wichtiger Teil, äh, von mir, also das ist halt, es hilft aber sich, den einzelnen Rollen bewusst zu sein und dann halt auch zu gewissen Lebensphasen den Fokus mal mehr auf die eine Rolle, mehr auf die andere legt, ähm, ja, und aber überall steht dann halt ich als Anna dahinter und, ähm, alles andere sind dann halt Rollen, die ich dann halt, ja, im Leben habe. Ja, wenn du sagst, du beschäftigst dich halt mehr damit, beschäftigst du dich mit, hauptsächlich mit, sag ich mal, Identifikation oder mit, mit Wortwahl für Identifikation? Ähm, mit Wortwahl, ähm, ja, was Sprache, generell, ja, oder das Sprache Realitäten auch schafft. Erzähl mal ein bisschen mehr, oder wie, was meint man mit, du beschäftigst dich drüber, das heißt, du liest viel oder? Ähm, lese viel oder höre auch, äh, dazu oder tausche mich mit anderen, äh, darüber aus oder merke es, also dann halt auch, äh, was ich dann halt auch im, ähm, Coaching nutze, dass, wenn jemand dann halt auch sagt, ähm, ja, also, aber das ist ganz normal, ich bin morgens immer müde. Das ist dann halt, das ist so ein Glaubenssatz und ich glaube, wenn man den hat, dann wird man morgens auch immer müde sein. Also dann muss man halt dann schauen, okay, ähm, bisher bin ich oft morgens müde, ähm, und aber so schon damit zu implizieren, ich habe aber natürlich den Wunsch, dass ich morgens nicht mehr müde bin. Ähm, ja, oder das halt, wenn man von sich sagt, ja, ähm, auf den letzten Kilometern, äh, bin ich immer, oder breche ich immer ein und bin ich immer langsam. Also das ist, äh, vielleicht Status Quo, aber da kann man halt auch vom Mindset auch für seine sportlichen Leistungen halt extrem viel machen oder wenn man von sich aus sagt, ja, am Downhill bin ich eh nicht so gut. Das ist dann halt auch wieder, ähm, je häufiger man das sagt, desto mehr wird man das auch glauben und desto mehr wird es auch in die Realität kommen. Und das kann man aber positiver nutzen, indem man halt dann sich immer die Dinge vorsagt, die man eben haben möchte oder sein möchte. Ich finde dieses Wort immer, wir bei uns zu Hause versuchen, das echt so oft geht, zu vermeiden, weil dann nicht so, wirklich immer? Ja, okay, nicht wirklich immer. Ja gut, aber dann ist es auch nicht immer. Ja, hast du da irgendeinen Tipp, oder auch vielleicht buchtechnisch oder, oder wenn du sagst, hör, irgendwie podcasttechnisch irgendwie irgendwas, wo es da auch für andere spannend wäre, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Ähm, guter Punkt. Äh, überlege ich mir, sage ich dir und das kann so die, die Show notes, weil es fände ich selber auch sehr interessant, weil ich finde vor allem auch, wenn man dann, also bei uns zu Hause zum Beispiel, Anna ist ja jetzt sieben, nicht erst jetzt, aber davor auch schon, das Wort war natürlich schon sehr wichtig, ja. Also da muss man schon, genauso wie du sagst, so ist es wirklich immer, also was assoziiert man dann damit und so, das ist aber auch super interessant, weil so kann man auch, sage ich mal, ja, das ist eine Art von Erziehung, ja, also oder auch droht man, wir drohen zum Beispiel überhaupt nicht, also im Sinne von, ja, wenn du jetzt das nicht machst, dann passiert das und das, so, also ganz schlimm, also kann jeder machen, wie er möchte, haben wir vorhin schon gesagt, aber ich finde das ganz schlimm, ja, also, ähm, aber da muss man sich selbst auch schon immer wieder dran erinnern, dass man, weil man das natürlich früher auch selbst anders hatte, ja. Ja, ich glaube, das ist ja auch nicht, also da halt auch wieder nicht, dass wenn man es dann einmal anders macht, das ist dann halt, dann ist es halt vorbei oder dann, äh, du hast aber doch immer gesagt, du willst es nicht, Mann, ja, das ist also halt keine Angst vor Fehlern haben sozusagen oder, äh, es geht ja um eine generelle Grundausrichtung, die man haben möchte und es ist ja auch, wenn man generell positiv durchs Leben gehen möchte, heißt ja nicht, dass man nicht mal schlecht drauf sein kann oder wenn man sagt so, es macht keinen Sinn, sich über Dinge aufzuregen, die man nicht ändern kann, rege ich mich manchmal dann trotzdem, aber auch gern drüber auf, das ist dann halt, keine Ahnung, dass halt dann der Zug, ähm, mir vor der Nase wegfährt oder so, ist ja total menschlich, aber halt sich einfach so generell bewusst zu sein, ähm, ähm, wie man eigentlich seine Gedanken haben möchte. Ja, und ich finde, man darf sich auch über Sachen, die einen aufregen, darf man sich auch aufregen. Ja, hilft ja manchmal einfach auch so die, äh, Energie rauszulassen. voll, das ist, das ist ja auch dann, wenn man dann sagt zum Beispiel, ja, ich weiß, dass das jetzt so und so ist, aber es regt mich trotzdem auf und da mag ich mich jetzt einfach auch kurz drüber aufregen, ja, finde ich vollkommen valide. Ähm, Anna, nochmal zurückzukommen ein bisschen auf, auf, auf Sport. Ähm, du hast gesagt, du trainierst dich selbst, hast aber früher wahrscheinlich auch mit Trainern zusammengearbeitet. jetzt hoffe ich, machen wir kurz leiser, weil ich glaube, dieses Flugzeug, es waren zwei sehr laute Flugzeuge. Okay, ich hoffe, jetzt hört man uns wieder. Ähm, gibt es da irgendwen, der dich auch vielleicht sogar heute noch oder auch damals trainertechnisch inspiriert hat? Absolut, also ich würde sagen, all meine Trainer hatte schon einige, also es ging los mit Jürgen Stefan aus Kassel, ähm, ja, der uns, ähm, beigebracht hat, ähm, ja, dass man nur durch Training besser wird, also sehr kontinuierlich zu trainieren. Ähm, ein Triathleten, Sascha Wienfeld, der extrem Wert auf Stabilisation, ähm, Stretching, Mobilisation gelegt hat, was ja für Läufer jetzt nicht so, also eher, ähm, die Ausnahme ist, aber, oder halt auch sehr viel schon uns aufs Rad gesetzt hat, ähm, ja, also halt, äh, Alternativtraining eingebaut hat, Aquajoggen, auch wenn man nicht verletzt ist, ähm, dann auch Wolfgang Heinig, ähm, ja, der halt, also vom Marathontraining, ja, uns da mega weitergebracht hat und auch das Mindset, also halt irgendwie Spaß an den langen Läufen zu haben und keine Angst davor zu haben, auch bei Langläufen schnell zu laufen, so ungefähr, ähm, Renato Canova ist für mich immer noch, ja, absolut inspirierende Person, also, so, die Läufer unter den Zuhörern oder die passionierten Läufer, vor allem Straßenläufer, werden Renato Canova kennen, also Italiener, der die meiste Zeit in Kenia lebt und halt schon die, also, etliche Olympiasieger, Weltrekordhalter trainiert hat, ähm, ja, und der, äh, der hatte immer bei Vereinheiten, wo ich manchmal gedacht habe, Renato, also, keine Ahnung, wie ich das laufen soll, und da hat er, äh, immer gesagt, don't worry, nobody died for this, so, und das, das hilft ja auch manchmal so, also, die Einheit wird dann ja nicht umbringen, dann halt einfach mal, da Kopf ausschalten, äh, und reingehen, oder let your body decide and not your mind, ähm, hilft auch, also, dass man sich manchmal viel zu viele Gedanken drüber macht, ähm, und, aber einfach mal schauen soll, zu was der Körper fähig ist, oder was er auch gesagt hat, running is no mathematics, also, dass, wenn man dann halt angefangen hat, hochzurechnen, oder runterzurechnen, welche Zeiten irgendwie möglich sein könnten, weil man die 10 Kilometer in der Geschwindigkeit gelaufen ist, da hat er immer so abgewunken, hat gesagt, also, das ist, das funktioniert vielleicht auf dem Blatt Papier, aber halt nicht dann, äh, für einen Wettkampf, ja, also, das, ähm, und im Trail ja noch weniger, im Trail noch weniger, vielleicht hat, also, das hat mir halt auch dieses Mindset dann halt extremst im Trail geholfen, oder auch, Dan Lorrain, mit dem ich ja jetzt, ähm, also, als Trainerathlet, nicht so lange zusammengearbeitet habe, zwei Jahre, aber der halt mich auch, mir auch super wertvolle Dinge, äh, mitgegeben hat, und auch, ich glaube, dass das Training mit ihm, ich konnte auf der Straße dann nicht mehr zeigen, äh, wie, also, zu was er mich trainiert hat, aber ich glaube, viele Erfolge, die ich jetzt im Trail gefeiert habe, ähm, ähm, darauf zurückzuführen sind, dass er mir halt da echt zwei Jahre, ähm, nochmal, richtig guten, quasi, Neuaufbau gegeben hat. Was war da so, wenn du sagst, richtig guter Neuaufbau in zwei Jahren, was, also, was war da so ausschlaggebend dafür? Dass er nach, also, ich hatte einen Erminuungsbruch in der Hüfte auch, ähm, dass wir dann angefangen haben, um halt auf Laufumfang zu kommen, habe ich dann dreimal am Tag trainiert, weil einfach der Körper kürzere Einheiten super gut weggesteckt hat, ähm, und dann halt das eben dann, äh, gesplittet habe, ähm, Krafttraining eingebaut habe mit einem, äh, Athletiktrainer, ähm, wo ich dann halt richtig, also auch maximal Krafttraining gemacht habe, das heißt dann halt mit, äh, Langhandel und, ähm, das meiste im Kreuzheben waren, glaube ich, 104 Kilo, die ich dann, ähm, also echt viel, so, also halt, dass man auch als Läufer halt irgendwie echt Kraft braucht, ähm, und, ähm, ja, und sehr, da, ähm, Darn ist halt sehr zahlen fixiert und das hat da halt auch extremst geholfen, also da ist es halt, ähm, sehr, behutsamer Aufbau und halt, ähm, ja, immer mit, ähm, mein Gefühl verglichen mit den Werten und das hat mir jetzt auch im Nachhinein geholfen, dass ich halt jetzt auch sehr weiß, dass ich auf mein Gefühl vertrauen kann, weil die halt dann immer den, äh, den Werten von Darn sozusagen entsprochen haben und das ist halt auch, ähm, was cool ist, wenn man weiß, dass das Gefühl das ist, was dann auch die Zahlen aussagen. Das heißt, da nutzt du jetzt wahrscheinlich auch sehr, sehr viel in deiner eigenen Trainingsplanung natürlich von dem, was du von den, von den Trainern alles irgendwie mitbekommen hast. Total und das, ähm, zeigt mir auch dadurch, dass ich bei so vielen unterschiedlichen Trainern trainiert habe, dass wichtig ist, dass wenn man sich für ein Trainingsart oder Trainingsphilosophie entscheidet, dass man sich da zu 100% committet und es ist tatsächlich so, dass viele Wege zum Ziel führen. Und nur wichtig ist, dass den Weg, den man eingeschlagen hat, dass man den auch geht. Aber wenn man dann halt den Trainingsweg geht und dann halt unsicher ist und nach links, rechts schaut und nach rechts oder die machen das, die machen das, soll ich doch vielleicht wieder was anderes machen. Ähm, das ist, wenn du deinem Trainer nicht mehr vertraust, dann ist es nicht mehr der richtige Trainer für dich. Also, weil ich glaube, du musst zu 100% committet sein und der Trainer muss aber auch zu 100% dir committet sein. Also, wenn du als Trainer möchtest, dass dein Athlet 100% gibt, aber du nicht 100% für den Athleten gibt, ist es auch schwierig. Ja, ja. Wie planst du dein Training? Also, Kalender mit Stift oder ich habe hier eine Webseite auf mein Mikrofon gesetzt, aber die lassen wir da einfach mal sitzen. Ähm, durch Valentin noch flexibler als vorher, also, dass ich mir schon dann halt so eine Idee im Kopf habe, ähm, für eine Woche aber meist. Ähm, was ich machen möchte und dann aber auch immer, ähm, möglich, dass ich das dann noch verändere. Also, ich, ähm, bin ein sehr spontaner Mensch und das, äh, lebe ich auch immer mehr beim Training aus. Also, es kann sein, dass ich dann morgens aufstehe und dann spontan das, was ich ursprünglich geplant habe, einfach, äh, über den Haufen werfe und dann was anderes mache. Ja, okay. Aber planst du das in irgendeinem Tool oder schreibst du das oder einfach nur im Kopf und denkst dir? Ähm, ich schreibe es mir auf Zetteln auf, die ich mir aber dann auch nicht abhefte. Okay, okay. Ja, im besten Fall bespreche ich es dann noch mit Lisa, ähm, einfach rum, weil sie da schon ein bisschen die, ähm, ich sag mal, strategischere von uns beiden ist oder dann halt auch, ähm, ich manchmal ein bisschen mehr verrückte Ideen habe und sie dann eher die ist, die da halt so, vielleicht so wie bei euch Stefan, Stefan, der dann auch sagt, wir ergänzen uns auch ganz gut. so, so ein bisschen den Realitätscheck dann nochmal macht. Ja, der ist wichtig. Reizt sich nochmal auch irgendwie auf der Straße zu laufen oder also auch, ja, leistungsorientiert oder wettkampftechnisch auf der Straße zu laufen? Ähm, also das, was mich schon vielleicht reizen könnte, so, ich sag mal, so ein Marathon wie halt irgendwie Boston Marathon zu laufen, wo halt Höhenmeter mit drin sind, ähm, oder, ähm, Two Oceans, äh, in Südafrika, ähm, ja, also, aber mich reizt jetzt nicht mehr oder zumindest im Moment, so, das ist, äh, Momentaufnahme, kann auch sein, dass sich das in zwei Jahren verändert, aber das, äh, ist jetzt nicht mein Fokus, ähm, irgendwie meine Bestzeit im Marathon nochmal hochzuschrauben, ähm, äh, weil da ist mir schon klar, dass ich dann halt mein Training anders aufbauen müsste, also, dass halt viel weniger, ähm, Trails, äh, stattfinden könnten, wenn ich halt vorhätte, irgendwie Marathon, ähm, ja, nochmal Richtung, keine Ahnung, also zumindest schneller als 226 zu laufen. 226, Stefan? hab ich eine Challenge, der verschüttelt auch nur den Kopf her, ich auch, ne, aber, ja, aber spannend, das heißt auch so Boston Marathon oder so, halt einfach, als, also klar will man, glaube ich, wenn man da mitläuft auch irgendwie, oder bei mir ist es zumindest mittlerweile so, dass wenn ich bei einem Rennemitlauf, will ich im Ziel auch K.O. sein, ähm, aber ansonsten halt einfach aus Genuss dann einfach, oder einfach mitlaufen, aufsaugen, Gas geben und einfach schauen, was rauskommt. Ähm, das könnte ich mir jetzt so vorstellen, genau, also aber sowas wie Two Oceans oder ich meine, äh, Straßenrennen, was halt irgendwie 80 Kilometer lang ist und Höhenmeter hat, ähm, das wäre dann, das würde ich dann halt voll wettkampforientiert, äh, laufen. Ja. Ja, also wenn ich wüsste, okay, das ist ein Rennen halt, was, äh, was mir halt auch echt Bock macht. Ja, ja, ja. Gibt es irgendwas, die auch, auch im Trail, wo du sagst, irgendwelche Rennen, die dir wohl, wo du, oder auch eigene Projekte, gibt es irgendwas, was du geplant hast, was du verraten kannst, oder ist da, einfach mal abwarten und schauen. Ja, abwarten, also dadurch, dass, weil, äh, das, was ich jetzt im Frühjahr mir vorgestellt habe, ich dann halt selbst wieder zurückgerudert habe, ähm, lasse ich mir das jetzt eher offen, ähm, ähm, genau, also, und aber so, ähm, mittelfristig halt die 100 Kilometer, aber das wird definitiv nicht dieses Jahr, äh, stattfinden. Ähm, ja, und ansonsten habe ich auch Bock, dann halt mal irgendwie irgendwie irgendein, äh, vielleicht Projekt zu machen, vielleicht irgendein FKT, sowas, also habe ich nämlich selbst noch nicht gelaufen, ähm, oder es gibt ja auch den, ähm, also hier im Chiemgau, äh, so viele coole Berge und, äh, Chiemgau King auf dem Rad, ähm, vielleicht, also, laufe ich den mal, könnte auch sein, oder, ähm, ähm, ja, sowas auch mal mit dem Rad zu machen, also irgendwie, da gibt es viele Möglichkeiten, also, aber das wäre halt was, was halt so einfach, äh, weil es einfach eine Gaudi ist. Ja, voll, mega cool. Wie vorhin schon gesagt, du bist doch zum Ober-Out-of-Trail-Festival, herzlichst eingeladen, natürlich. Es klingt auf jeden Fall nach einem mega, mega coolen Rennen. Auch an alle, die zuhören, alle herzlichst, darf ich wahrscheinlich nicht sagen, eingeladen, sonst denken alle, sie kriegen alles ansonsten. Eingeladen, sich für das Rennen anzumelden. Genau, auf alle Fälle, ähm, definitiv, verlinken wir auch in den Shownotes, ähm, ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wo geht, ja, wo geht deine und eure Reise hin, jetzt so in diesem Jahr? Habt ihr noch vor, in Urlaub zu fahren, oder, bleibt ihr, macht ihr Heimaturlaub, oder gibt es noch irgendwelche Coaching-Projekte, die anstehen, oder irgendwie, also, gibt es irgendwas, was ihr so geplant habt? Ähm, äh, äh, tatsächlich noch im Herbst einen, äh, Bulli-Trip, mit dem Bulli, äh, ich liebe Campen, also, weil immer da kann man halt Sport und Urlaub halt so genial verbinden, äh, wobei die Destination noch nicht, äh, fix ist. Äh, was schwebt euch vor, oder was habt ihr so im Gespräch? Ähm, es war mal, äh, ob wir Osteuropa machen, Richtung, äh, Monteneko, Albanien, dann aber auch gleichzeitig, oder doch nach, äh, Korsika in die Richtung. Also, Korsika kann ich empfehlen. Habe ich schon gehört, soll sehr, sehr cool sein. Ähm, und so, ähm, Trainings, äh, oder Coaching-mäßig, das, was Lisa und ich, ähm, das ist jetzt, also, das haben wir nur als Idee, weil wir das einfach cool fänden, ähm, Wissen wir noch nicht, ob wir sowas dieses Jahr noch umsetzen oder vielleicht im nächsten Jahr sowas wie, ähm, eine Lauftag-Tournee, äh, fünf Lauftage, äh, oder, also fünf Lauftage in fünf Städten, in fünf Tagen wäre jetzt Gras, vielleicht in zehn Tagen oder so. Ähm, ja, also, dieses Jahr hatten wir einen Linz- und Berlin-Lauftag und das ist halt, es macht so viel Spaß und halt echt richtig coole, ähm, Tage immer, ob wir sowas als Tournee halt irgendwie mal aufziehen, ähm, so angelehnt an irgendwelche Rockbands, die auch Rockturnäen machen. Also, die Idee haben wir, mal schauen. Coole Idee. Ja. Dann auch mit so einem Nightliner mit bunten Lichtern. Der Nightliner ist dann vielleicht der VW-Bus, aber ansonsten. Ja, genau, stimmt, ja. Sehr, sehr geil. Ähm, Anna, ich habe keine Fragen mehr auf meiner Liste. Ähm, hast du irgendwelche Punkte, irgendwelche Themen, die du noch ansprechen wollen würdest, die dir noch wichtig wären? Ähm, eine Frage, ähm, wen hättest du gerne mal, äh, wen würdest du gerne mal interviewen und Podcast haben? Und zwei, also einmal halt, der auch, also, irgendwie themenbezogen ist und dann, welche Person würdest du gerne mal interviewen, ähm, auch wenn er vielleicht wenig zu Trailrunning zu sagen hätte? Boah, das hast du mich, das hast du mich, das ist eine sehr coole Frage. ähm, ähm, wen würde ich gerne mal interviewen? Ich glaube, wer, wer nicht themenbezogen wäre, wobei wir ja auch so oft mal nicht Trailrunning-Themen in dem Podcast haben, wäre in der Tat Markus Lanz. Ich finde Markus Lanz irgendwie spannend, weil er ja eigentlich auch viel interviewt und also, und mit so vielen interessanten Persönlichkeiten auch spricht und das finde ich mal sehr interessant, ja, vor allem ist ja das Spannende immer die Gespräche vor und nach der Aufzeichnung. Ja, Nee, das finde ich in der Tat, der ist mir, zumindest ohne jetzt lange drüber nachgedacht zu haben, ist mir der jetzt spontan eingefallen, den finde ich in der Tat interessant. Und Trailrunning-spezifisch, ähm, wobei ich weiß gar nicht, ob es wirklich Trailrunning-spezifisch ist. Oder sportspezifisch. Sportspezifisch. Sportspezifisch wäre das in der Tat mal, ja, ich glaube es wäre, ja, Christian Blumenfeld, fände ich super interessant, ja, weil ich super interessant finde, was die einfach mit dem norwegischen Charme und norwegischen Lifestyle, aber trotzdem irgendwie leistungsorientiert und trotzdem aber irgendwie coole Dudes sind und wie das irgendwie alles so zusammenpasst und das finde ich irgendwie sehr interessant. Ja, ja, ich glaube, das wären die zwei Personen, die mir jetzt spontan einfällt, ohne länger drüber nachgedacht zu haben. Ich würde mir beide Folgen anhören. Ja, ja, ansonsten holen wir immer die Gäste, mit denen wir reden wollen zu uns im Podcast, wo wir glücklicherweise meistens auch Zusagen bekommen. Ja, nee, deswegen ist ja auch, vielleicht noch, ich habe es schon oft, glaube ich, nicht im Podcast gesagt, aber ich meine, wir machen den Podcast, weil wir einfach selber Bock drauf haben, mit inspirierenden Leuten zu reden und uns auch selber inspirieren zu lassen. Und am besten noch in so einer genialen Location. Ja, genau, am besten noch in so einer Location und irgendwie mit Hochwandern. Mit Kiezen und Buddha vorher. Genau, und es macht es halt irgendwie einfach Spaß und wir finden es selber so inspirierend, irgendwie auch dann die Zeit verbringen und so und das ist irgendwie, deswegen machen wir das jetzt nicht irgendwelchen Klickzahlen oder sonst irgendwas, weil ich glaube, das Pod gibt andere Medien, die da irgendwie besser performen, aber das ist so die Idee dahinter und deswegen macht uns das eh so viel Spaß und sind immer echt super dankbar an alle, die irgendwie mitmachen, weil es ist ja auch ein Zeitaufwand, muss man ja auch sagen. Ja, und deswegen, ja, ich bin Fan von Podcasts irgendwie. Ich finde es mega, ich finde es richtig cool und deswegen auch vielen lieben Dank, dass du heute wieder da warst, Anna, zum zweiten Mal. Danke für die Eyelanderung. Ich glaube, wir werden schauen, Stefan hat vorhin schon gesagt, wir müssen ja nächstes Jahr gleich nochmal eine Episode machen, was sich dann wieder verändert hat. So die Konstante im Jahr. Ja, das wäre eigentlich echt cool, ja, super spannend. Genau, vielen lieben Dank dir für deine Zeit, Anna. Ich hoffe, allen zu Hause hat es auch Spaß gemacht, auch beim Zuhören. Immer gerne her mit Feedback, mit Input, wir freuen uns da immer, sind dafür Tipps, Ratschläge und alles offen. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht oder euch hat es Spaß gemacht. Valentin macht jetzt eine kleine Schlafpause und ihr werdet dann, glaube ich, nochmal zum Ali hochschauen und zum Gipfel hochgehen. Absolut, ja. Anna, vielen lieben Dank für deine Zeit und an euch zu Hause, alles Gute und immer schießolti bleiben. Tschau, Servus. Servus.